Tja, es wird sich wieder bekannt. Die sind heute geschlüpft oder gestern ist schon wieder richtig was los. Die schöne gehörte Mauerbiene. Der Draht muss da rum, weil der Grünspecht stopft sich hier immer den Bauchfall. Ich mein, ein bisschen was gönne ich im Jahr, aber die Bienchen sind mir eigentlich lieber. Wo hab ich denn mal was drauf? Ah, das ist die scheiß Sonne. Das mit dem weißen Fleck ist das Männchen und ohne weißen Fleck ist Weibchen.